Grüne Minze, gesundheitsfördernde Eigenschaften Pfefferminze hilft ausgezeichnet zur Behandlung von Menstruationsbeschwerden und bei Nervosität, da diese Pflanze beruhigend wirkt. Wenn du das Kraut in Maßen einnimmst, hat es keine Nebenwirkungen. Die Grüne Minze, auch als Krause oder marokkanische Minze bekannt, wird für verschiedenste Speisen verwendet, auch für Cocktails und medizinale Behandlungen ist diese Heilpflanze bestens geeignet. Diese aromatische Pflanze hilft bei verschiedensten therapeutischen Behandlungen und birgt viele gesunde Wirkstoffe. Grüne Minze, gesundheitsfördernde Eigenschaften Eine der wichtigsten Eigenschaften der Grünen Minze ist die krampflösende und blähungshemmende Wirkung. Dadurch hilft dieses Kraut bei Verdauungsbeschwerden, insbesondere bei Blähungen, Koliken und Bauchschmerzen. Auch bei Atembeschwerden ist die Grüne Minze empfehlenswert, da sie schleimlösende Wirkstoffe enthält. Diese medizinale Pflanze ist auch bei Menstruationsschmerzen sehr wirksam. Die Grüne Minze beinhaltet Wirkstoffe, die bei Nervenproblemen ausgezeichnet helfen, da sie sehr entspannend wirken. Diese Heilpflanze wirkt auch antiseptisch und schmerzlindernd und kann deshalb verwendet werden, um Wunden zu behandeln. Wie kann man grüne Minze in diesem Fall verwenden? Bereiten Sie einen Aufguss mit einer relativ großen Menge an grüner Minze zu und waschen Sie damit die Wunde. Sie werden sofortige Erleichterung spüren, auch die Wundheilung wird dadurch gefördert, bei manchen Verbrennungen kann diese Behandlung auch angewendet werden. Dafür sollten Sie den Aufguss jedoch mit ein bisschen Olivenöl mischen. Danach können Sie die Mischung auf die betroffene Stelle auftragen, so kann der Brennende schmerzreduziert und eine mögliche Infektion verhindert werden. Dieses wunderbare Heilkraut kann auch bei schlechtem Mundgeruch gute Dienste leisten, der angenehme, frische Geschmack nach Minze ist sehr empfehlenswert. Menthol, einer der wichtigsten Inhaltsstoffe der grünen Minze, ist bei schlechtem Mundgeruch sehr wirksam und angenehm frisch. Mit grüner Minze können Sie auch einen köstlichen Entspannungszieht zubereiten, den Sie vor der Nachtruhe trinken können. Sie werden so besser und ruhiger schlafen. Zubereitung von Minztee Die Zubereitung von Minztee ist sehr einfach. Sie sollten nur beachten, dass die Blätter jung und frisch sind. Kochen Sie einen halben Liter Wasser und bereiten Sie in der Zwischenzeit die frischen Minzblätter in einer Teekanne vor. Sobald das Wasser kocht, übergießen Sie die Minzblätter und lassen diese ungefähr 20 Minuten lang abgedeckt ziehen. Danach werden die Blätter abgesiebt und der Tee ist fertig. Wir empfehlen Ihnen, drei Tassen pro Tag zu trinken. Wie Sie sehen, hat die grüne Minze ausgezeichnete gesundheitsfördernde Eigenschaften. Sie dienen nicht nur zur Behandlung von Bauchschmerzen, wie viele Personen denken. Es ist sehr wichtig, alle therapeutischen Vorteile unserer Nahrungsmittel zu entdecken. Natürliche Behandlungen mit Pflanzen haben keine Nebenwirkungen, wenn sie korrekt verwendet werden und nicht damit übertrieben wird. Minztee ist sowohl für Erwachsene als auch für Kinder bestens geeignet, Sie sollten jedoch nicht zu viel davon trinken. Ja, ich hoffe, Ihnen noch nicht zu tender wollen. Ich bin der sch shapes, diesem Lauter auf zum Teil des H insp Untertitelung des ZDF, 2020